Let's go! Jo Leute, da bin ich wieder im Game. Ich bin neu gejoint und hab noch was in die Aufnahme geändert. Nämlich habt ihr wahrscheinlich die rechte Seite von meinem Desktop noch gesehen. Weil wenn man mit dieser Wölfteil aufnimmt, ist das immer so. Ich weiß nicht wieso. Ist ein bisschen nervig, da muss ich es immer perfekt einstellen. Ja, das war eigentlich der ganze Grund. Ich muss mal kurz was gucken. Ja. So. Gut, was kann ich noch sagen? Ich werde die Tage noch Minecraft hochladen. Minecraft Survival Games werde ich hochladen. Dann werde ich... Ich glaube, es wird heute sein. Zweiten. Also ich nehme es heute auf und lade es hoch. Dann lade ich auch noch heute Wölfteil hoch. Die 15 Minuten Part. Ja, ist gut, den ich jetzt gerade mache. Das will ich glaube ich nur diese Runde werden. Beziehungsweise werden wir diese Runde machen. Gut. Dann... Elma. Kranula. Neuva. Da vorne steht eine. Oh, der hat mich hell. Der hat einen Full Equip. Der brauche ich auch einen. Der erste habe ich noch. Der erste habe ich noch. Schon fast Max Level und kriegt mich nicht down. Ich bin glaube ich bei der Hälfte, glaube ich. Okay, da braucht noch ein paar Level bis zu Max. Aber... Ist schon ganz gut dabei. Man darf ihn nicht unterschätzen mit seinem Level. Naja, ich bin fast bei der Hälfte erst. Naja, er spielt wahrscheinlich auch schon so zwei vielleicht Jahre. Vielleicht. Zwei vielleicht Jahre. Okay. Vielleicht schon zwei Jahre. Oder so drei. Keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht. Und er stammelt auch nicht. Naja. Ich spiele das Spiel, glaube ich, jetzt seit einem halben Jahr wieder. Ja, wieder. Ich habe das mal ein Jahr lang gespielt. Aber ich bin ein halbes Jahr. Wahrscheinlich jetzt spiele ich schon wieder ein halbes Jahr. Ich bin, glaube ich, ein bisschen heiß, auch wenn ihr das merkt. Naja. Ich kann aufnehmen, das ist die Hauptsache. Beziehungsweise ich kann kommentieren. Aber... Nicht nett. Nichts damit hier. Wo kommt den Ton aus? Das merke ich schon. Weil ich sonst immer nur mit Ton spiele. Wenn ich so in-game bin. Wenn ich so in-game bin. Wenn ich kein zu-was war. Nee, geht nicht. Muss ich gleich anmachen. Alter, was ist denn los? Der Ardler bekommt mich nicht down. Ja, okay. Dann eine Donate bekommt mich dann aber eher nicht. Interessant. Sehr interessant. Ah, ne. So kann ich nicht spielen. So weiß ich nicht, ob jemand kommt oder nicht. Das geht doch mal gar nicht. Natürlich, tu mir die Kille. Ah, leck. Nein. Oh, scheiße. Ah. Ruckelt so ein bisschen. Hab ich das Gefühl. Da kennt ihr. Das wüsste ich. Wieder der Ardler. Hm, naja. Man kann nichts machen. Oder ne. Bei Pipo. Achso, der ist noch unter mein Level. Aber. Er hat ein zweiter Account. Das kann man nicht spielen mit seinem Level. Das muss ein zweiter Account sein. Und der Spray geht jetzt mit einer Utsa. Das ist für den Miner. Der Ardler geht jetzt voll auf die Noob-Seite. Oh, voll auf die Noob-Seite. Der muss einfach durchraschen und die ganze Zeit auf linke Maustaste klicken, wenn der Sterne läuft. Aber. Wie gesagt. Er hat keine Chance gegen ihn. Naja, nach einer Zeit bekommt man ihn down. Aber. Wenn er einfach so durchrennt, dann würde er jeden filmen. Naja. Ich will mich gar nicht einmal einen Kredit mal zeigen. Und zwar 72. Ein Headshot, Abzeichen, Emblem, was auch immer. 31% Headshot, 3% Granate. Viertel mit 150 Kills. 1500 Dots. Alter, der verreckt auch nicht. Wie oft muss ich den in den Kopf schießen, damit er stirbt. Ich weiß nicht, ob meine Granaten treffen. Das kann man einfach nicht wissen, warum es so ist. Ja, außer wenn jemand stirbt. Nein, ich mach lang. Ich glaub mich nicht. Das ist, wenn man nicht blockt. Ich fahre der Anfall. Da kommt er wieder. Nein, du bist jetzt nicht weg, wenn ich die nehmen könnte. Natürlich wieder zu dritt komme und ich zwei Stück bekomme. Oh, ist ja geil. Oh, ich hab doch Head glitscht. Oder Head glitscht. Oder Head glitscht, oder... Ihr wisst, was ich meine. Und hier ist er da. Oh, mein Hals tut so wenig. Das ist nicht so was Gutes, wenn ich jetzt hier aufnehme und dabei kommentiere. Hier ist die Schule, genau. Ja, wir haben... Ne, heute ist der dritte. Genau, ja. Heute ist der dritte. Also wird ja das Video vor zwei Tagen hochgeladen. Ähm, ja, heute ist der dritte. Morgen ist der vierte. Dann haben wir Schule. Leider. Leider, leider. Schulanfang, erster Tag. Wird nicht so anstrengend, weil ja eigentlich nur Lehrervorstellungen glaube ich. Dann wird noch Bücherausteilung sein. Und noch die Raumbestimmung. Also das geht so bei mir gerade ab. Ich bin dann hochladen und da kann ich auch fliehen. Das fliege ich dann gerade wieder ab. Aber ich will es jetzt zur Zeit, muss ich gerade. So, jetzt in den Gang. Ja, mit der EMP, da wir durch. Nein, kein Fernkast mit der EMP. Genau. Okay. Ach, die Scheiße. Kommt ja wieder mit der Waffe. 16 zu 14. Glaube ich ja nicht. Glaube ich ja gar nicht. Natürlich, jetzt kommt ihr mit den Kinn rein. Ich hab den soweit angehütet, bis ihr jetzt bei einem Schuss da ist und dann nimmt er mir den weg. Das geht immer gar nicht. Genau. Zwei Gramm. Na. Uh. Bunker. Nein. Das geht nicht. Ähm. Eck. Bucken. 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 Ich will es nicht. Bucken. Neue ich mal andere Waffen. Ich werde gleich auch mein Inventarvorstellungen machen. Ja, werde ich machen. Und dann würde ich sagen, ähm schließlich, also ich schließe das Video hier mit einer Inventarvorstellung ab. Das wird jetzt sein. Jetzt hier nach, wenn es ja echt vorbei ist, dann gehe ich erstmal in mein Inventar. Ja, ihr seht erstmal hier. 653.000 Gold, 42.000 Wolfmanzen und 6 AP. Nur noch. Irgendwann über den zweiten Slot. Ja. Aversi, EMP, C95, RT, Biowip. Gehe ich mal auf meine Primärwaffen, sozialistisch, Stahlsachen. Und nein, ich bin kein AP-Luke. Wenn ich jemanden behaupten. Da habe ich jetzt Aversi, EMP, Parnas, C95, C95, 20 Sekundär, meine Sack über Gold. Und die Nummern wieder warten halt. Das habe ich bei den Wolfsachen. Stim bzw. Steam-Pack, klassischer Rucksack, Psycho-Wolf, ähm, Gold-Nürven-Tetanis-Folie und Medi-Packs. Chars habe ich 3 Stück, also 2-1-Mal und 1-Mal. Hier. Charset-Gaps habe ich genug. Rotes Team, Raus Team, genau. Die X-Items sind halt die Waffenslot der weiteren. XP und Gold Plus. Insgesamt bekomme ich plus 130 von beide. Außer von Gold, da bekomme ich nur plus 100. Sofortiger Wieder-Einstieg, sofort Respawn. Und mein Power-Loser. Ja, das wäre eigentlich alles, was ich so habe. Ja, das ist alles, was ich so habe, um zu spenden und was ausrüsten. Ähm, ja, meine Geschenk-Box. Hier so klassische Rucksack habe ich mal eine goldene Kiste. Hier am klassischen Rucksack. Hier habe ich ein 16er Waffen-Pack, ein 7er Waffen-Pack, wieder ein 7er Waffen-Pack. Ich habe auch noch mit einem Tattoo dabei. Ähm, was gibt es denn hier so schönes? Ähm, noch. Ja, mal gucken, was ich noch so schönes habe. Gibt es die denn, ähm, ja, die MP7 habe ich noch. Ähm, dann habe ich noch die Feuer-Granate. hat im stück ist und die spielten waffen kann ich auch noch ist nicht besitzt nicht die besten waffen aber kann sich gut aufgeben aber ein tag die ist ja meins dann würde ich sagen das war's für diese aufmerksamkeit für diese folge ich würde sagen bis zum nächsten mal und tschüss leute vergesst nicht zu bewerten was für eurem abo da